Ich weiß nicht, wie das geht. Ich hab's nie geguckt, den Film. Ja, ich hab ihn nicht geguckt. Nein. Wirklich nicht. Wir müssen auf je... Gott tut das weh, wenn der Ellbogen liegt und man eben in den Hof mal so tennisarm hat. Ja. War hier was drin? Nein. Kann man hier das Frotte vielleicht auch grün? Nö. Was kann man damit machen? Außer es selber fressen und sich vergiften. Da haben wir viel Fleisch hier drin. Ja, wir brauchen auf jeden Fall... So, unser Vorrat geht auch langsam das Ende entgegen hier, ne? Wir hatten da echt gut Vorrat, aber jetzt... Aber es wird, ne? Wenn wir da hinten erst noch weitermachen, dann können wir da ruckzuck abernten und da kommen ja wie gesagt noch ein paar Felder hin, ne? Nächstes Mal werden wir auf jeden Fall direkt gleich ein neues Feld anlegen. Und mal gucken, ob wir vielleicht mal eine kleine Wandertour wieder machen oder so oder in eine Mine gehen oder... Also bei uns in eine eigene Mine oder in einer vorhandenen Mine gehen, ich weiß es nicht. So, mein Ziel ist es jetzt hier bitte 30 Punkte zu kriegen. 30 XP's. Da wäre ich euch sehr verbunden, meine Lieben. Sollte aber kein Problem sein, ansonsten müssen wir die ganze Molte hier töten. So. Darf ich mal? Danke. Ich will doch nur dieses blöde Schwert wiederkriegen. Mit Plünderung. Oh. Alter, 24 schon? Ich kriege richtig gut Fleisch zusammen hier, ne? Gleich macht... Ich habe das Gefühl, ich töte hier zu viele Kinder. Und Abfahrt. Komm. Jetzt reicht es aber. Jetzt haben wir ganz schön viele, ne? So. Du, 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 du. Und einmal rüber. Den Arm eben kurz im Kopf kratzen. Au, 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 au. Es ist... also es... Tut schon noch ganz schön weh, mein Ellbogen. Aber ich weiß nicht, ob ich ja jetzt nochmal zum Arzt latsche. Der Arzt hat gesagt, der Arzt hat gesagt, kommen Sie nochmal rum. Wenn es nicht besser ist nach einer Woche. Die Woche ist jetzt bald erledigt. Ich weiß nicht, ob es besser ist. Vielleicht ein kleines bisschen. Ich habe keine Ahnung. Ich will aber auch nicht wieder zum Arzt lassen. Ähm... Ja, toll. Äh, Roheisen. Nein. So. Äh... Lapis Lazuli. Okay. Das ist ein noch nicht verzaubertes Schwert. Lapis Lazuli. Äh... Und Abfahrt. Vielleicht geht das auch irgendwie einfacher. Vielleicht stehe ich mich einfach nur doof an. Ich weiß es nicht. Plünderung, Plünderung, Plünderung. Plünderung, 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 Plünderung. Ne, da noch. Plünderung, 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 Plünderung. Die kommen alle raus. Wenn ich das da reinlege, ist nichts, ne? Ne. Schärfe 3. Schärfe 2. Rückstoß 1. Soll ich das versuchen? Ah, Mann. Hm. Am Ende haben wir eine ganze Kiste irgendwann voll. Ich... Ich glaube, nächstes Mal versuche ich das so lange, bis es klappt. Aber mit Eisenschwerter. Es sei denn jemand weiß, wie es einfacher geht, dann mache ich es mit Eisenschwerter. Ich will unbedingt diese Plünderung wieder haben, weil ich unbedingt diese beschissene TNT brauche. Oh, Entschuldigung. Ja. Ja. Naja, gut. Dann... Das war das so. Wir können nochmal rübergucken zu unseren Hühners. Wir gucken hier nochmal kurz. Hier ist nichts drin. Und... Ja. Das lassen wir jetzt hier drin. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Jetzt haben wir drei Punkte wieder weg, ne? Naja. Aber es bringt uns auch nichts, die ganze Zeit auf diesen 30 Punkten festzusitzen, weil... Du levelst halt nicht mehr so gut dann. Alter, ich dachte gerade, da kommt ein Creeper in die Tür rein. Diese beschissenen Sonnenblumen. Die geht mir so auf den Sack. Die waren am schlimmsten. So. Gucken wir mal nach den Tieren dahinten. Zu den Hühners. Ach, finde ich jetzt schön mit dem Weg. Dass wir jetzt auch endlich einen Weg haben. Wir spielen dann rum, 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 rum. Ah, was ich nochmal versuchen werde gleich. Moment. Ja, siehst du, du sagst es. Hunger habe ich jetzt. Oh, nö. Oh. 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 Es ist aber auch egal jetzt. Ganz ehrlich. Scheiß einfach drauf. Wirklich scheiß einfach drauf. Es geht mir so auf den Sack. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Ja. Mir fällt jetzt gerade erst auf, dass ich vergessen habe, das Bild anzupassen. Dass unten einfach die Hälfte wieder fehlt. Es tut mir leid. Verdammt, ey. Verdammt, ey. Ich sollte einfach öfter auf OBS gucken. Grrrr. Jetzt brauche ich es auch nicht mehr anpassen für diese zwei Minuten. Mano. Oh. Oh, Mann. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert. In letzter Zeit war es schon besser. Na, wieder eins. Ist doch gut. Alter. Ja. Dann hau nicht ab. Dann hau nicht ab. Ganz ehrlich. Gut, wir hätten es doch leben lassen können. Ach, Israel. Er kriegt mich schon wieder auf, dass ich schon wieder die Hälfte vergessen habe hier, ne? Mit dem Bild da. Oh, Mann. Naja, gut. Ich hab da gesehen, ob er jetzt das Inventar sieht oder... Peng. Ist ehrlich. Trotzdem mach ich jetzt noch schnell was. Oh, Mann. Und den hab ich auch noch fast anderthalb Stunden aufgenommen, ey. Äh. Das sind ja fünf, sechs, sieben Folgen. Mindestens sieben Folgen. Toll. Ja, ich hatte es einmal schon richtig gehabt. Den hab ich aber ob erst mal neu gestartet. Ähm. 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 Das will ich nochmal ganz kurz testen. Ähm. 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 So. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö in die ecke lieber denn die ist es auch von der höhe ok so ja noch tiefer ist glaube ich doof und dann noch unsere kerzen irgendwann oder weiter in die mitte moment mal das sieht ja beschissen aus weil da slips sind ah man sieht sich so geil an ärgerlich von der wand aus und links gibt es ja nicht ach schade dachte dass da jetzt vielleicht so eine laterne dran geht online ist es wird wieder gar nichts hier das will ich jetzt aber auch nicht verstehen das ist wirklich wieder auf jemanden dass ich das mit versaut habe ist es hier beschissen welchen short aufnehmen will damit oder so das wird wieder zugemacht so setzen war da bin ich krass oder nicht ich weiß es nicht bin ich krass und mach es dahin nur um da eine kette daran zu kriegen da ist besser wenn das in der mitte hängt weiter unten geht es ja jetzt nicht mehr doch hier da geht es noch so so okay 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 hier unten noch so so kette lampe perfekt so ne ist hier irgendwie ein slime gespawnt doch so so ist das eigentlich ganz geil ja so lassen wir es so meine lieben es tut mir auf jeden fall unfassbar leid dass das jetzt so viele folgen waren wo man nicht gesehen hat was im inventar ist aber ganz ehrlich wozu sollte man das haben ne es ist jetzt nicht so unfassbar schlimm dann nächstes mal achte ich wieder drauf ich muss mal gucken ob ich das nicht einstellen kann dass es immer automatisch ist okay macht's gut und